Mäuse, es tut mir leid, der Herbst ist da und ich habe hier für euch die besten Drogerieprodukte, die euch entspannt und hübsch durch den Herbst bringt. Man mag es mir kaum ansehen, aber ich bin in meiner Pumpkin Spice Vorstadt Range Rover Dead Era voll angekommen und ich lieb's. Cardigan, morgens ein Tee, ich bin die größte Kaffeemaus, aber im Moment spiele ich einfach meinen Film durch, bis ich keine Lust mehr drauf habe. Ich setze mich mit meinem Tee, meiner Kuscheldecke einfach auf meinen Stuhl, mache die Kerzen im Kamin an, weil ich Angst habe, Feuer zu machen und setze mich hier jetzt runter und wir schminken einen schönen Look. Ich habe viele, viele Produkte aus der Drogerie, ein Produkt von Amazon und zwei, beziehungsweise ein Produkt, weil ich zu doof war, die richtige Farbe zu kaufen, aus dem High-End-Bereich, was aber optional ist und ich hoffe, ihr habt darauf Lust. Alle Produkte sind auch meines Wissens verfügbar, alle Produkte, die ich online finde, verlinke ich euch selbstverständlich unten, ansonsten findet ihr alles in der Drogerie und ich mache euch auch natürlich immer die kleinen Einblender. Zuallererst erstmal vielen, vielen Dank für die vielen lieben Worte zu meinem ersten Vlog. Die Aufrufe sind zwar nicht so hoch wie ein normales Beauty-Video, aber die Kommentare und das ist das, was mir im Moment so wichtig ist, dass ich mit euch wieder näher zusammenrücke und das hat mit dem Video sehr, sehr gut geklappt. Vielen, vielen Dank dafür, falls ihr es nicht gesehen habt. Ich verlinke es euch in der Ecke. Wir haben ein bisschen Pflege und gerade im Winter ist es mir wichtig, dass die Haut, ich habe es jetzt gemerkt, wir hatten jetzt die letzten drei Tage 2, 3, 4 Grad und das war einfach kalt, es war trocken, es war unangenehm. Ich habe drei Produkte, die mir da echt gut geholfen haben, übrigens kein Werbevideo. Wir haben hier einmal das hier, das ist der Liquid Balancer von No Cosmetics. Gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Habe ich jetzt die Hälfte, glaube ich, schon durch, sieht man ja nicht so gut. Der sorgt aber dafür, dass die Haut und das Mikrobiom der Haut so ein bisschen geschützt wird. Und ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass das Thema Mikrobiom dieses Jahr oder nächstes Jahr dann noch präsenter wird. So wie es letztes Jahr Vitamin C war, wird es nächstes Jahr das Mikrobiom sein, weil einfach das Wissen über die Inhaltsstoffe und über die Wirkung und über den Effekt eines intakten Mikrobioms in der Konsumlandschaft, also von den Menschen, die die Produkte kaufen, deutlich, deutlich höher wird. Das ist jetzt nicht so richtig, richtig krass formuliert, dass man denkt so, boah, das ist jetzt ein Game Changer. Aber das ist mir ganz, ganz wichtig. Wir sind in der Drogerie, vorrangig in der Drogerie. Ich hätte euch jetzt hier auch ein Produkt zeigen können, das kostet dann 69 Euro. Es ist immer so ein bisschen, die Waagschale lohnt sich 70 Euro oder reicht nicht auch schon ein Produkt für 10 Euro? Und Kosten-Nutzen-Effekt muss man so ein bisschen abwägen und da tendiere ich meistens einfach zu den günstigen Produkten. Genauso wie dieses Schätzchen hier. Das ist die Mixer Ceramide Protect Hautstärkende Creme. Diese Mixer Cremes sind unglaublich in der Drogerie, weil sie einfach nicht nur, das ist glaube ich 400 Milliliter, da kommst du echt lange mit hin. Und die sind auch sehr, sehr gut. Was ich damit total gerne mache ist, ich nehme die gerade jetzt im Winter im Gesicht. Die hat Ceramide mit drin, die hat pflanzliches Glycerin mit drin, die hat Lipide mit drin und du merkst das schon. Also wenn du eine fettige Haut hast, ist es vielleicht nicht unbedingt die richtige Creme vielleicht für dich. Aber wenn du eine trockene Haut hast oder einfach kein Make-up an dem Tag tragen willst, ist das ein sehr, sehr gutes Ding. Ich habe neulich unter meinem vorletzten Video einen Kommentar bekommen, Maxim, du hast was im Gesicht machen lassen, du bist so aufgedunsen. Excuse me, wir haben am Abend vorher Pizza gegessen. Und mein Gesicht, ihr kennt mein Gesicht mittlerweile, reagiert sehr, 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 sehr stark auf Salz. Und deswegen probiere ich es so ein bisschen zu reduzieren. Aber ich habe es euch ja gesagt, was ich gemacht habe, ist PRP. Das ist, weiß nicht, ob ich es jetzt sagen darf, PRP-Behandlung unter den Augen, einfach gegen die Augenringe, was sehr, 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 sehr gut geklappt hat. Vielleicht erwähne ich das mal beiläufig, aber ich will über sowas nicht berichten. Aber ich sage es, ich habe eine PRP-Behandlung gemacht und klar ist es da auch ein bisschen geschwollen. Aber das ist einfach Wasser. Und es ist 7 Uhr. Ich bin vor einer Stunde aufgestanden. Wir haben Samstag, da ist das alles noch nicht da, wo es hingehört. Die Ceramide Protect Creme, egal ob im Gesicht oder am Körper oder in den Händen, großartig. Ich habe hier am Schminkplace, habe ich die Pantanol Comfort. Im Bart habe ich diese hier stehen eigentlich und oben im Bart habe ich von La Roche-Posay eine große. Also ich habe überall Cremes. Ich bin halt die Crememhaus. Ihr kennt mich. Ich liebe, liebe Cremes. Sie zieht auch gut ein, hinterlässt keinen öligen Look auf der Haut. Aber du merkst schon, wie so eine zweite Schutzschicht auf der Haut. Und das ist sehr, sehr gut für die folgenden Produkte. Ihr habt es ja mitbekommen, dass ich probiere gerade so ein bisschen Puder zu reduzieren, was Baking und generell überall im Gesicht angeht. Ich habe etwas, das kann ich noch nicht zeigen. Das ist aber ein Puder, was nicht aussieht wie ein Puder. Für meine Base probiere ich jetzt aber gerade eine Kombination zu finden, die sich selbst fixiert. Und das ist das Dreiergespann hier. Manhattan Lasting Perfection Foundation. Großartig für den Alltag. Großartig für den Alltag, weil du kein Puder brauchst dafür. Ich habe übrigens die Farbe 58 Soft Ivory. Und ich mische das total gerne mit diesen Schätzen hier von By Terry. Die sind exorbitant teuer. Ich wollte gleich in die Drogerie fahren und mal schauen, ob ich eine Alternative dafür finde. Für das hier habe ich noch keine richtige gefunden. Für das hier auf jeden Fall von Alverde. Diesen Liquid Bronzer. Der ist aber sehr grobschimmernd. Das ist schon krass. Sie sagen, es ist ein Brightening Correcting Serum. Eine Base, eine Foundation. Würde ich nicht als Foundation bezeichnen. Hier haben wir einmal die Farbe Rose Elixier. Die haben so eine ganz, ganz leichte Deckkraft. Ist aber sehr, sehr rosig. Im Gesicht sieht es komisch aus. Die Farbe Sunny Flash ist mir viel zu dunkel. Ich musste aber beide kaufen, weil als ich am Counter war, gab es das nicht. Natürlich ist super schön bronzy und gibt dem Gesicht so eine Wärme wieder zurück. Du kannst es natürlich auch so im Gesicht auftragen. Das wird mir dann aber schnell ein bisschen zu orange. Deswegen mische ich einfach für ein bisschen Deckkraft diese Foundation mit rein. Eine ganz, 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 ganz kleine Menge. Misch das mit beim Finger. Macht das richtig schön warm. Man muss manchmal ein bisschen länger mischen, dass man einfach eine sehr, sehr gute Farbe hat. Und Color Match ist da. Ich arbeite im Moment sehr gerne mit dem MAC 17 OS Brush. Der ist ähnlich vom Aufbau her wie der von Luisa Crescent. Und gehe hier einfach rüber und baue mir wirklich nur die dünnste Schicht ever auf. Und ihr werdet es gleich sehen. Es ist ein bisschen glowy, aber nicht speckig glowy. Ich habe jetzt eine gute Pflege drunter. Aber Color Match, das ist einfach ein Color Match. Diese Kombination aus diesen drei Produkten ist bei mir das perfekte Color Match. Du siehst nicht, dass ich was drauf habe. Das ist unglaublich. Wenn ich jetzt das Video mit dieser Base angefangen hätte und gesagt hätte, ich hätte noch nichts drauf. Und ihr mich noch nie gesehen hättet, hättet ihr gedacht, boah, was für eine krasse Haut. Das sieht einfach aus wie meine Haut. Und ich glaube, das Geheimnis ist das hier da drin. Vor allem diese Farbe bei mir, in meinem Fall. Weil die halt dieses Rosige, dieses Warme mit durchgibt. Und ich habe ja immer einen recht roten Hals. Ich habe so ein paar Rötungen im Gesicht. Meine Öhrchen sind immer ein bisschen rot. Ich bin gut durchblutet und das sieht man ja natürlich. Und die meisten Foundations haben entweder einen gelblichen oder einen grünlichen Stich. Und damit kriege ich diesen Rosy-Touch mit rein. So, dass es aussieht, als wäre das meine eigene Haut. Das ist wirklich, wirklich krass. Wenn ihr wollt, schaue ich mal, ob ich noch eine Alternative finde. Ich baue das Ganze hier an einigen Stellen nochmal so ein bisschen auf. Hier habe ich beispielsweise ein kleines Pickelchen. Aber das decken wir gleich ab. Schreibt mir doch gerne einmal, während ich meine linke Gesichtshälfte aufbereite, welche Produkte ihr im Winter, beziehungsweise jetzt im Herbst vorrangig benutzt. Ändert sich in eurer Routine etwas, wo ihr sagt, das macht ihr komplett anders. Das ist etwas, auf das ihr im Sommer vielleicht nicht zurückgreift, aber vielleicht im Herbst. Das wäre sehr, 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 sehr spannend. Die Base ist einmal eingearbeitet und sieht richtig, richtig frisch aus. Und ich weiß, dass viele diesen Glowy-Trend ja nicht mögen. Denn das ist ja jetzt nicht Glowy, ne? Das ist lebend. Es sieht lebend aus. Es kommt so ein bisschen Glow, kommt durch, aber sehr natürlich. Und auch so ein paar Unebenheiten der Haut kommen durch. Und vor drei Jahren hättest du mich damit ja jagen können. Ich wollte ja wirklich, dass du nicht siehst, nicht mal erahnen kannst, dass hinter diesem Zement ein Mensch steckt. Mittlerweile denke ich mir, yes, please. Um ein bisschen Farbe ins Gesicht zu kriegen, habe ich zwei Produkte. Ich wollte euch aber davon nur eins zeigen. Und zwar den Melted Sunbrowser von Catrice. Kennt ihr, liebt ihr, habt ihr mit Sicherheit zu Hause. Aber, deswegen habe ich es mit reingenommen, habt ihr schon mal probiert, dieses Produkt mit einem Puderpinsel aufzutragen? Das ist ja ein sehr, sehr, sehr cremiges, sehr pigmentiertes Produkt, was schnell zu viel sein kann. Gerade wenn man mit dem Pinsel, mit so einem etwas kompakteren Pinsel reingeht und dann ins Gesicht. Ich habe jetzt gestern einfach einen Puderpinsel genommen und einfach hier so ein bisschen rübergetupft. Der Pinsel verliert im Moment ein bisschen Haare. Und gehe einfach hier in so einem U, Nase, Backen, Stirn. Und im direkten Vergleich seht ihr zu dieser Seite und zu dieser Seite, hier ist noch ein Härchen, dass das aufgewärmt ist, aber nicht zu viel. Und durch, und das ist ganz spannend, die, warum hat der denn so? Durch diese einzelnen Härchen, die ja in dem Puderpinsel nicht kompakt sind, sondern viel, viel loser und viel weitere Abstände haben, pigmentiere ich schon fast meine Foundation. Das ist wie, habt ihr schon mal, wie heißt das, Powder Brows? Es gibt ja so, da kann man sich ja die Augenbrauen tätowieren lassen. Einmal so diese Härchen, dieses Microblading und Powder Brows. Und Powder Brows, da werden auch so einzelne Punkte reingesetzt, was das Ganze so ein bisschen diffuser macht, dass du keine richtige Kontur hast. Und wenn ich das mit dem Puderpinsel mache, habe ich wie Powder Bronzer, aber halt als Creme Produkt. Klingt total schwierig, ist es nicht, probiert es aus. Es sieht deutlich natürlicher aus und viel, 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 viel leichter. Und du kannst es dann natürlich auch so ein bisschen aufbauen an den Stellen, wo es ein bisschen mehr sein darf. An der Nase gehe ich einfach ein bisschen lang und habe ein Bronzy Gesicht, ohne dass man erkennt, dass ich Bronzer trage. Und ich glaube, auf die Entfernung sieht man, dass es aussieht, als wäre ich wirklich gerade im Urlaub gewesen. Hier kann ich noch ein bisschen rüber gehen, hier übers Gesicht. Und ich habe ja jetzt noch keinen Concealer drauf, ich habe noch keinen Blush drauf. Das heißt, es muss auch noch nicht ganz so ordentlich sein. Ich starte meistens immer mit dem Bronzer als erstes, weil ich den, den sieht man schneller als so ein Blush. Apropos Blush. Ich habe hier dieses Schätzchen hier. Das habe ich euch schon mal gezeigt. Das ist von Color Secret von Amazon. Das ist eine Palette, eine Concealer, Bronzer, Blush Palette, wie auch immer du es nennen möchtest, mit extrem vielen Farben. Vor allen Dingen in den Skin Tones hast du eine Vielzahl an verschiedenen Skin Tones. Du hast etwas dunkleres, etwas helleres, ein bisschen gelber, ein bisschen wehrer. Kannst es dir aber alles anmischen. Auch wenn du eine Foundation hast, die nicht so deine richtige Farbe hat, nimmst du einfach ein bisschen lila und dann kannst du es ein bisschen kühler machen. Ich benutze jetzt diese Farbe und diese Farbe hier ganz, ganz leicht. Und tupf es nur hier hin. Das ist Punkt Contouring heißt das, glaube ich, oder Point Contouring, was den Schatten hier so ein bisschen erzeugt. Ich gehe gar nicht mehr so weit nach hinten, weil dann die Fläche größer ist, die so ein bisschen schlammig aussehen kann. Kannst du ein bisschen an der Nase lang gehen. Ich nehme denselben Pinsel, gehe hier rein und gebe nochmal ein bisschen mehr Licht wieder zurück. Gerade hier runter. Und das Schöne bei diesen Farben ist, die kannst du, das ist halt nicht das Hochwertigste, ne? Bin ich ehrlich. Das hat aber auch, glaube ich, nur 11 Euro oder vielleicht 17 Euro gekostet. Aber du hast ja sehr viel drin. Aber das ist so eine Textur, die kannst du auch über Puder wieder rüber geben, ohne dass es, falls du es vergessen hast. Oder wenn dein Make-up am Ende, wenn du es abgepudert hast, vielleicht nicht ganz so frisch aussieht, ist das eine ganz, ganz gute Sache. Mit den Weißtönen und Gelbtönen kann ich so ein bisschen hier highlighten. Und das Gesicht ein bisschen vorbringen. Auch hier auf der Stirn. Geht super, super schnell und hält wirklich sehr, sehr gut. Einfach, um wieder ein bisschen Dimension ins Gesicht zu kriegen. Sehr, 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 sehr schön. Und dann einfach ein bisschen rüber. Ich verlinke die euch mal. Wofür ich sie eigentlich mitgenommen habe, war dieser Blush-Ton. Also es ist ja kein Blush, es ist orange. Aber ich finde den als Blush ganz schön. Gerade wenn man einen Pinsel hat, wo noch so ein bisschen was dran ist. Einfach so ein richtig schöner herbstlicher Blush. Ich sehe schon aus wie ein Blatt, das ist eigentlich kein schöner Vergleich. Ich wollte gerade sagen, ich sehe aus wie ein Blatt, was vom Baum gefallen ist. Lassen wir das. Für den Concealer, ganz klar, ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass das eine sehr, sehr gute Alternative für den Natasha Denona High Glam Concealer sein kann, vom Effekt her. Sehr deckend, sehr, 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 sehr deckend. Shade Range, hundsmiserabel. Aber der reflektierende Effekt ist wirklich derselbe. Der Natasha Denona Concealer hat ja auch so ein bisschen was Lichtreflektierendes mit drin. Der hier auch. Also der sieht schon sehr, 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 sehr nass auf der Haut aus. Damit gehe ich einfach punktuell hier hin. Kann so ein bisschen korrigieren. Shade Range, wie gesagt, ist wirklich schlimm. Aber wenn ihr das Glück habt, dass das eure Shade Range ist, dann probiert den wirklich mal aus. Ihr dürft nicht zu viel benutzen, deswegen arbeite ich hier mit so einem kleinen Pinsel, was ja... Also ich bin ja immer noch, auch wenn ich jetzt hier einen auf dem Natural Make-Up Boy mache, bin ich ja immer noch ein Full Coverage Concealer Fan. Aber bei dem Concealer wirklich nehmt einen Pinsel. Ihr braucht nicht viel, sonst creased das und das sieht alles komisch aus. Einfach nur hier so ein bisschen im Porenbereich und unter den Augen, dass es da nicht creased. Und hier hinten ein bisschen mehr, einfach um es hier zu liften. Denn ich bin ja... Es ist so komisch, es ist so komisch. Es ist wirklich, es macht mir schon fast Angst. Aber vielleicht liegt es einfach daran, dass ich mein Gesicht jetzt einfach besser kenne. Ich probiere ein wirklich... Ich habe euch ja neulich, habe ich euch ja das hier gezeigt, diesen Wonder Cloud von Manhattan. Der ist nicht so krass pigmentiert für die Augen. Aber Manhattan hat ja auch diese Amazing Double Effect Eyeshadow Liner. Unglaublich schön. Vor allen Dingen dieser Braunton hier hinten. Das ist in der Farbe Bohemian Bronze. Hier vorne ist nochmal so ein Highlighter Stick mit drauf. Den benutzen wir auch gleich. Ich will jetzt aber erstmal diesen Bronzer Stick nehmen. Gehe damit einfach nur auf mein bewegliches Lid. Blende Pinsel und blende das aus. Ich will keinen dunkelbraunen Lidschattenlook haben heute, sondern nur mein Auge so ein bisschen einrahmen. Auch das gerade, wenn man vielleicht so ein Schlüpflid hat. Oder wenn man keine Zeit hat. Du kannst es sogar mit dem Finger ausblenden. Nur so ein bisschen. Es soll gar nicht so hoch gehen. Es soll nur auf dem beweglichen Lid sein, die Augenfarbe so ein bisschen betonen. Und ein bisschen Struktur aufs Auge geben. Und das macht das sehr, 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 sehr gut, wie ich finde. Auch das ist so ein Self-Setting-Produkt. Und ich finde, wir sollten alle so langsam... Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Vielleicht liegt es einfach daran, dass viele sich auch einfach nicht mehr so für Make-Up oder dieser Make-Up-Hype ist ja eh so ein bisschen weg. Aber ganz ehrlich, ich verstehe auch total, warum. Weil es einfach überstrapaziert wurde. Es wurde überstrapaziert die letzten Jahre. So 2018, 2019 war ja wirklich der Höhepunkt. Und du kamst ja gar nicht mehr hinterher, was neue Produkte anging, was neue Formulierungen. Jeden Tag eine neue Lidschattenpalette. Du musstest ja jeden Tag irgendwas Neues haben, damit du irgendwie hinterherkommst. Ich nehme einen kleinen Pinsel für den unteren Wimpernkranz. Deswegen bin ich da auch ehrlich gesagt gar nicht traurig. Und deswegen finde ich es so spannend, auch mal Produktkategorien für mich zu entdecken oder dann für euch im Endeffekt zu entdecken, die so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Wie beispielsweise Monolidschatten. Wie beispielsweise so ein Augenstick, den du einfach hier raufgibst und einen schönen bronzy Look auf den Augen hast. Ohne, dass es so krass geschminkt ist. Eine Cutcrease, ja, ist schön. Mag ich gerne. Muss aber nicht sein. Oh nein, ich habe was verloren. Wenn das auf der Aufnahme drauf ist, dann schreie ich. Ich habe den Schimmerton verloren und ich finde ihn nicht. Das ist das Schlimmste daran. Das gibt es doch nicht. War das auf der Aufnahme drauf, dass der rausgefallen ist? Ich habe ihn gefunden. Wir setzen ihn wieder rein. Damit kann man hier so ein schönes Highlight setzen. Sehr, sehr glitzerig. Also der ist schon fast zu doll, wie ich finde, für den Effekt. Hätte ich gerne so ein bisschen matter gehabt. Kannst du aber auch hier so ein kleines Highlight mit reinsetzen. Hast du noch ein bisschen mehr Schimmer, ein bisschen mehr Bewegung oder unter der Augenbraue. Aber das gefällt mir hier gerade nicht. Wie findet ihr sowas? Gut, für die Lippen wird es doll. Denn, oh nein, ich bin so ein kleines, doofes Mäuschen. Ich habe was vergessen. Ich wollte eigentlich die Pflege hier auftragen. Rode haben wir mitbekommen. Muss ich sagen, ich liebe die Produkte, die Lippenprodukte von Rode. Aber wer keinen Bock auf Ewigkeiten versandt und so teuer hat, probiert das hier aus. Das ist von The Inkey List. Tripeptide Plumping Lip Balm. 1 zu 1, genau dasselbe, nur halt ohne Geschmack. Das ist schon fast wie so ein Gloss. Also du kannst es auch als Gloss benutzen. Es zieht ein und hinterlässt dann diesen super reflektierenden Look auf den Lippen. Ganz, 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 ganz toll. Will ich jetzt aber, wollte ich als Pflege drauf haben, weil der die Lippen nicht aufpolstert wie so ein Plumping Lip Effekt. Das mag ich ja nicht so gerne. Sondern optisch. Und durch die Feuchtigkeit da drin, wird die oberste Hautschicht der Lippen so ein bisschen aufgepolstert. Und dann sehen die Lippen, gerade bei Liquid Lipsticks oder so, unglaublich gepflegt aus. Ich möchte aber kein Liquid Lipstick benutzen, sondern die Vinyl Inks. Das ist eine großartige Formulierung. Wichtig, ich habe es vergessen. Gut, gut schütteln, dass sich die Pigmente gut verteilen. Und dann habe ich die Farbe 120 Punchy. Das ist die herbstliche Herbstfarbe, die es im Herbst geben kann. Die ist nicht zu dunkel. Die ist nicht zu braun. Die ist ein ganz, ganz schöner, dunkler, nudiger Ton. Unglaublich schön. Und das Finish ist gut. Wichtig, nicht die Lippen so aneinander pressen. Einfach fünf Minuten mal kurz antrocknen lassen, weil dann halten die, erst dann halten die richtig. Wenn du jetzt so hier die Lippen aufeinander drückst, dann verschiebst du alles und dann sieht es nicht schön aus. Ich trage noch eine Mascara auf. Da bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen enttäuscht. Ich suche ja immer noch die perfekte braune Mascara. Die kommt ja schon sehr, sehr nah. Ich mag den Effekt aber nicht. Und die ist mir ein bisschen zu dunkel. Teuer, deswegen habe ich sie nicht in dieses Video mit reingenommen. YSL, die Lash Clash Mascara in Braun. Das ist schon ein ziemlich, ziemlich gutes Braun. Und bei einigen sah das auch krass aus. Mir ist das Bürstchen zu dick. Mir ist das, die Pappe ist zu pastig. Du kannst nicht so präzise arbeiten. Du musst halt super viel Produkt abstreifen, was man eigentlich auch nicht machen soll. Farblich kommt das dem aber schon nah, was ich suche. Passt tatsache ganz gut jetzt zu dem Look. Man sieht in der Kamera den braunen Effekt ein bisschen deutlicher, wie ich finde, als in echt. Aber es ist mir noch nicht braun genug. Mir süßen Mäuse ein kleiner, zarter, sehr erwachsener, sehr alltagstauglicher Look für den Herbst. Produkten, die die Haut wirklich bei Heizung, bei Wind, bei Wetter wirklich schützen. Und die Foundation hier ist wasserresistent. Deswegen hält die ganz gut, auch wenn es mal ein bisschen regnet. Ich bin gespannt, wie euch dieser Look gefällt. Was sind eure Herbstfavoriten? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart. Wir sehen uns am Mittwoch hier wieder, ich glaube, mit neuen Krachern aus der Drogerie. Passt auf euch auf, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.